Rein, kämpft, Schwertkampf, Schwertkampf, vorwärts! Schlagt sie zurück Männer! General vorrücken! Männer, Angriff! Schlagt diese Pferde zurück! Sie dürfen uns nicht dezimieren! Guten Tag und damit herzlich willkommen zu Napoleon Total War Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen Hm, das sieht aber nicht so nach Napoleons Zeit aus Für wahr, für wahr, das stimmt Der findige Zuschauer wird schon gemerkt haben Da links steht was oder rechts, ich weiß nicht wo ich hier bin am besten Und zwar steht da The Great War Das ist eine Modifikation für Napoleon Total War Und eine sehr geile Modifikation Nämlich man wird vom napoleonischen Zeitalter in den ersten Weltkrieg katapultiert Und der Mod, der macht das halt wirklich sehr, sehr gut Ihr seht hier, das ganze Chaos des ersten Weltkrieges wird hier sehr geil wiedergegeben Und ja, wir haben hier ein paar Optionen Natürlich Singleplayer und Multiplayer Für die Leute, die Multiplayer spielen wollen Die brauchen natürlich die Modifikation dafür Also die Mod, dass es läuft Und beim Singleplayer gibt es auch ganz mal Play Battle Wo man Landgefechte, Seegefechte, Belagerungen machen kann Und ja, ganz kurz zugemerkt Bei Seegefechten gibt es leider keine Schlachtschiffe so direkt Na, weil die Modder haben hier nur begrenzte Möglichkeiten gehabt Und ja, natürlich gibt es auch hier eine Kampagne Wir starten da mal spaßeshalber rein Da wählen wir, wen wählen wir denn aus? Ihr seht hier die ganze Fraktion, wo man spielen kann Sogar die Schweiz kann man spielen Interessant Dänemark Österreich, Ungarn Und, und, und Griechenland, Schweden Alles mögliche Und das ist wirklich schon sehr geil Auch hier German Empire Kann man auch spielen Und ja, ihr könnt hier natürlich auch Schwierigkeitsgrad, alles mögliche ändern Und Es gibt ja auch nur einen Modus Na, wie es halt damals war Und wir starten jetzt spaßeshalber mal mit Mit Deutschland rein Mod ist wirklich sehr geil programmiert Achtung, er könnte vielleicht ab und zu mal abstürzen Blablablabla Blablabla Nix So Wir sehen jetzt hier schon Das ist ja unser Deutsches Reich Hier Sind überall schon Armeen und Leute drin Hier oben gibt es eine kleine Navy Das sind kleine Schiffe hier nur Und Überall sind hier unsere Truppen verteilt Normalerweise dürften wir jetzt Diplomatisch Sind wir jetzt mit Russland im Krieg Mit England im Krieg Und mit Frankreich Mit Ostmanischen Reich sind wir verbündet Und Haben Handelsabkommen Mit Italien könnte man Handelsabkommen noch abschließen Und German Empire ist wir Und hier Österreich Ungarn auch Handelsabkommen unverbündet Und ja Das ist jetzt hier sozusagen Da muss ich auf X drücken Das habe ich immer vergessen Alles erobern oder halt Beziehungsweise die Gegebenheiten Hier ausspielen Was man alles machen kann Kann man dann natürlich auch Wo haben wir denn hier Berlin Brandenburg Hier müssten wir dann schon eine Armee haben Hier können wir ganz normal Gebäude bauen Wie es halt so üblich ist Und hier beispielsweise Fields Also ein Flugfeld Wo man bauen kann Rekrutieren Können wir hier Geschütze Feldkanonen bauen Rifle Infanterie Und Landwehr Infrastruktur Züge können wir ausbauen Hier haben wir dann unsere Armee Die können wir dann ganz normal bewegen Wir halten den normalen Tornwall auch Und ja Das ist jetzt hier die Karte Zur Übersicht hier Und Ja Ich würde sagen Wir schauen uns jetzt mal Ein paar Gefechte an Ich würde sagen Wir Was für eine Map Nehmen wir denn hier Irgendwas Einfaches Würde ich sagen Wo man am besten Hier was machen kann Hier kann man natürlich Die AI Starke Also welche Map Nehmen wir denn jetzt Ich würde sagen Wir nehmen irgendwas Einfaches Tannenberg Sommer 1940 Wir machen mal das einfach Machen wir hier das Trocken machen wir mal Zeit keine Schade dass man hier kein Geld weiter einstellen kann Das kann man ja bei den anderen Total War Games alle machen Hier nicht Wir stellen mal die KI auf Normal Continue Ja euch gebe ich mal alles hier ein bisschen So Chack Chack Dann hier Einnäckige Geschütze Und jetzt haben wir hier fast kein Geld mehr Deswegen Chack Nehmt ihr dann noch mit Die hier so 400 Kriegt ihr hier auch nochmal ein bisschen Erfahrung Wir starten einfach mal das Battle Ich hätte vielleicht auf Speichern drücken sollen Dann hätten wir das gleich nochmal auf der Gegenseite gesehen Aber egal Ich hätte jetzt auch noch mehr KIs hinzufügen können Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal den Mod So nochmal an Nicht gleich hier überlassen Weiter Mod Kann ich mich entsinnen Ist früher öfters mal abgestürzt Ich weiß nicht wie das hier in der 2019er Version ist Also eigentlich 2020er Version Weiß ich nicht hundertprozentig Aber wir gucken uns trotzdem mal hier das an Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht Okay Hier ist die Map Hier ganz male Felder Eigentlich ganz normale Standard Map Hier hinten Bisschen Häuserlies Dann gucken wir uns mal die Einheiten an Hier Unsere Sturmtruppen Ich glaube die müssen Maschinengewehre haben oder? Ah haben leider keine Maschinengewehre Schade Ähm Dann haben wir hier nochmal etwas bessere Einheiten Huch Vielleicht sollte ich innerhalb machen Ihr seht schon Die haben hier diese Spitzhelme Wo man kennt Dann hier die hier Na komm Haben schon diese Rundhelme Dann Haben wir hier dann nochmal die ganz teuren Einheiten Dann Hier nochmal die Billigen Na die sind alle sehr stimmig Sehr cool aus Und dann hier auch die Geschütze hier Die sind noch drauf gesattelt Hier hinten sind die Geschütze dran Die sind auch sehr schön animiert hier auch Panzerchen Dann haben wir hier nochmal einen Panzer Und hier nochmal einen Panzer Also wir haben Wir haben ein paar Auswahlmöglichkeiten Unser Generalski Ah warum habe ich den mit ausgewählt Der hätte nicht so viele Upgrades gebraucht Der hockt eh hinten dran Und soll nicht sterben Im besten Fall Wie weit können wir jetzt die vorbrücken Das coole ist An die Sturmtruppen Die können wir einfach wirklich fast bis zum Feind hinhocken Und dann als Guerillakämpfer so vorne kämpfen lassen Das ist eben das Geile Währenddessen wir diese hier Die normalen hier Können wir nur innerhalb von diesem Feld hier machen Deswegen würde ich sagen Wir machen hier zwei Angriff Bataillonen Bilden hier zwei Frontlinien Einmal unsere Hauptstreitkraft Die kommt hier hinten Da können wir auch Gräben ausheben Was heißt Gräben ausheben Ja schon Ja halt Aufschüttungen Und unsere Geschütze Das Ding ist Ob wir die direkt brauchen Ist halt auch die Frage Ich stelle die mal hier auf Tue die direkt mal absatteln Weil ich denke mal Die können direkt schießen Und werden auch direkt was treffen Die schönen Panzerchen Die stelle ich auch mal hier so hin Ihr seht auch schon Die ziehen teilweise in die falsche Richtung Also wahrscheinlich wird da was mit Mit dem Schlabbalabab Nicht hundertprozentig stimmen Unseren Generalski stelle ich mal hier hinten hin Vielleicht ein bisschen so Dann kriegen wir noch einen Buff Wir starten mal Battle Ist gut ne Ja Gut Panzer fahr mal vor Hier spinnt auch das Kreuz hier ein bisschen Wir setzen direkt mal Unsere ganze Streitkraft hier in Bewegung Weil wir wollen nicht zerschossen werden Das sage ich direkt mal Vorwärts Unsere gesamte Streitkraft Dann haben wir das da schon mal gelöst Die da gehen vor Und die Geschütze dürften feiern können Ihr seht auch schon Die haben hier ein Radius Aber Na Ihr seht Der Radius Geht um die ganze Map Weil die Geschütze halt einfach Kilometerweite Reichweite haben Und wir können da jetzt einfach sagen Yo Leute Das wäre geil Aber die haben sich hier so So gut hier wie da hinten dran verschanzt Die werde ich kaum treffen Sehr wahrscheinlich Deswegen würde ich sagen Wir schießen mal mit einem Geschütz hier hin Mit einem anderen Geschütz Oder wir schießen mit denen Jaja Mit denen da schießen wir hier mal hin Ach wenn er will Hier hin Mit denen da schießen wir hier so hin Wir gehen mal zurück Die müssten jetzt auch theoretisch feuern Bumm Bumm Ihr seht schon Die feuern schon Drücke ich mal auf Stop Und die schlagen hier schon ein Ist jetzt nicht so vorderhaft Das heißt Wir haben hier nicht so eine ganz hohe Reichweite hieran Das ist schon mal nicht so gut Also müsste ich theoretisch Die noch mal ein bisschen näher rankarren Aber die haben uns Haben sich ja auch erstmal ein bisschen warm geschossen Also von dem her Die Kugeln Schlagen hier auf jeden Fall schon mal vorne ein Ich würde sagen Wir starten mal den Beschuss Hier vorne Die fahren wir auch mal nach da vorne Ich will mal wissen was die können Ganz ehrlich Ich will wissen was die können Früher waren die ja richtig buggy Da haben die ja nicht so krass funktioniert Ich höre aber auch leider keine Geräusche Na weil Zu deiner Napoleon Zeit Gab es ja keine Panzer Und Granaten 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 Werft Leute Granaten Hop Granaten Auf die Werft Ja okay Die haben keinen Bock Granaten Jetzt werft sie Granaten Ui Aua Das hat weh getan Wie vorher gesagt werden unsere Einheiten hier ein bisschen dezimiert Ich stelle mal hier unsere Truppen hier ein bisschen rechts auf Und ich sag mal unserem Panzer der soll mal da reinschießen Ja ja Panzer schießt Ich glaub die Dinger funktionieren nicht Ne der ist kaputt Ja moin Belastend meine Damen und Herren Belastend Vorwärts Männer Rennt Oh wir müssen ein bisschen früher hin Rennen schon Schießt die Truppen ab Pferde abschießen Pferde abschießen Pferde abschießen Ihr seht auch schon Das ist einfach krass Geschütze hierhin schießen Beschuss nach hierhin verlagern Truppen neu aufstellen Rückzug Rückzug Truppen Truppen zurückziehen zurückziehen Die hier gehen mal nach da drüben Okay Wir schlagen hier die Briten etwas zurück Wir stolpern mal hier ein bisschen dagegen Sind in der krassen Offensive Hier sind unsere Panzer Ich bin die brauchen noch drei Jahre Könnt ihr da vorne drauf schießen oder Eher schlecht Ne geht doch nicht Sind dann einfach scheiße langsam Wer hat es erwartet Kannst du jetzt wieder ein bisschen fahren Ja jetzt hier Schießpanzerchen Schieß Schieß Er will nicht Ich war mal wirklich davor Vielleicht will er dann Marschieren Leute Unsere rechte Flanke Es sieht auch eigentlich recht gut aus Die ist etwas aufgemürbt Aber das Ist nicht so schlimm Kavalerie Unsere Artillerie muss hier mal ein bisschen rein Schießen Das wäre geil Schießt du jetzt auch mal mein Freund Macht ihr irgendwas Das ist eben das Verpackte hier ein bisschen Weil Ich glaube einfach eher Die sind dafür da Um den Schaden irgendwie Ein bisschen Von allen ein bisschen wegzunehmen Und die anderen sind immer noch nicht da Mein Gott Drei Jahre brauchen die bis sie da vorne sind Wir rücken mal noch ein paar Meter vor Obwohl wir haben ein gutes Schussfeld Wir haben mal ein recht gutes Schussfeld Ich tue die ein bisschen nachjustieren Die hier tue ich noch hier oben stellen Das sieht eigentlich sehr gut aus Hier rechts wurden wir stark dezimiert Deswegen tue ich die mal hier ein bisschen zurückziehen Wieder Und so ein General Lass ich mal herrennen Ganz ehrlich Das schaffen wir hier normalerweise Granaten Oh der General ist da Der General ist da Schießt alle auf dem General Drauf schießen Oh die schießen sich gerade gegenseitig Aber wenn der General weg ist Haben wir einen großen Vorteil Gut Generalski tot Der Wille der Gegner ist gebrochen Oh da oben werden wir jetzt zusammengeschossen Alter Oh 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 Da oben brauchen wir Verstärkung Leute Nahkampf Nahkampf Rein Vorwärts Männer Feuern Feuern Rein Rein Jetzt müssen wir rein Gut die ziehen sich zurück Verteidigung durchbrochen Neu aufstellen Männer Vorwärts Rechte Flanke Voraus Ja wenn sämtliche Truppen vernichtet worden sind Haben wir ja schon fast Feuer auf G7 Die Panzer Die Schlacht ist Wow was war denn hier Richtiger Feuerball ist hier runtergegangen War das der Panzer hier Vielleicht Nahkampf Wir gehen jetzt hier mal in den Nahkampf rein Vorwärts Männer Wow Ja das war Napalm Kranke Waffen Napalm ist wirklich Wirklich sehr gefährlich Vorwärts Oh oh Rein Kämpft Schwertkampf Schwertkampf Vorwärts Schlag sie zurück Männer General vorrücken Männer Angriff Schlag diese Pferde zurück Sie darf uns nicht dezimieren Oh Jetzt ist der Panzer kaputt Krasse Einheit Krasse Einheiten Oh oh Die sind langsam leer geschossen Und so Leute Ich muss in den Angriff gehen hier Die haben keine Doch die haben noch Munition Aber die schießen nicht mehr Komisch Die Männer sind erschöpft Ja Alle Angriff Vorwärts Wir haben den Willen Ziemlich gebrochen schon beim Feind Da hinten kommen ein paar Neupositionierungen Unser General muss ich ein bisschen Zurückziehen Der darf jetzt nicht sterben Ihr seht Direkt Unser General wird angegriffen Aha Angriff Leute Panzer Angriff Macht ihr was Schießt ihr Also Panzer können wir glaube ich Weglassen Oder schießen Doch die schießen Die schießen Wow Die funktionieren Aber der erste Panzer ging nicht Gescheit Schießt ihr ab Ey ganz ehrlich Gut die ziehen sich zurück Leute schießt ihr ab Schießt ihr ab Ey Das kann es doch keiner Klären ey Gut Neu aufstellen Neu aufstellen Das sieht jetzt gerade nicht so gut aus Sie haben hier ein bisschen Ein bisschen versagt Oh Die wollen weiter unseren General haben Ist klar wenn das so nah vorne ist Leute zieht euch mal ein bisschen zurück Gut jetzt werden die hier dezimiert Wir müssen nur noch die auch ein bisschen drauf schießen Dann ist alles gut Äh ich muss den Beschuss direkt einstellen Ich habe ein bisschen ähm Versagt muss ich sagen Ich drücke mir hier ein bisschen den General vor Leute hört auf zu schießen Ihr schießt doch gegenseit Wir haben richtig viele Leute verloren Aber der Kampf ist gewonnen Das ist kein guter Sieg hier Ganz ehrlich Das ist kein guter Sieg hier Ich werde hier als General mal ein bisschen die Gegner hier dezimieren Okay Vorwärts Die Geschütze lasse ich mal hier drauf feuern Ihr seht auch wie hier alles brennt Das ist geil Haha Und von unserer einst stolzen Armee Ist jetzt nicht mehr viel übrig geblieben Ihr seht auch das ganze Schlachtfeld hier Das ist Nein Leute schießt Schießt meinen General ab Schießt meinen General ab Habt ihr recht Einfach abschießen Eigenbeschuss Gut die haben sich hier wieder gefangen Ist ja da auch Die sind nicht mehr ganz so gut drauf und so Leute Deswegen lasst die alle mal ein bisschen marschieren Ein glorreicher Sieg Sir Ja Glorreich ist er nicht mein Freund Ein Sieg ist es aber kein schöner Mit Schwert und Bayonett Mit Schwert und Bayonett Vernichtete den Feind Schön hier durch die Wand durch Gut Retreat Das Sieg gehört uns Aber wie gesagt Das ist kein schöner Sieg Feuer einstellen Machen wir mal kurz continue Feuer einstellen Können wir vielleicht mal nochmal unsere Truppen hier aufstellen Was wir noch haben Das ist nämlich nicht mehr viel Der Beschuss dürfte jetzt hier langsam aufhören Du hörst auch auf zu feuern Feind dürfte jetzt auch gleich komplett draußen sein Nein nein ich will noch sehen wie viele Truppen ich hab Irgendwo läuft noch einer rum Ihr seht das ist keine Streitkraft mehr Also kann man schon als Streitkraft noch bezeugen Aber das ist ja Da haben wir richtig reingeschissen Und ja ich würde sagen das war es jetzt soweit von diesem Battle Quid Battle Ja ja hänger sich Ihr seht auch wir sind hier mit 2365 Leute reingestartet Wir haben 1800 Verluste Das ist krank Der Feind hat nochmal ein bisschen mehr Verluste Aber das deckt sich nicht Das deckt sich nicht Hätte ich statt die Panzer vielleicht noch normale Truppen mitgenommen Und die Truppen dann noch ein bisschen mehr aufgewertet Dann wäre das da wahrscheinlich nicht zustande gekommen Aber naja Ich habe jetzt mal hier noch ein Gefecht zusammengestellt Und hier das sind meine Truppen hier Ein paar SMG Einheiten Also ein paar Schiengewehreinheiten Dann was haben wir hier noch Und Sniper habe ich mal lustigerweise reingenommen Flammenwerfer Wir haben hier zwei Geschütze Und der Rest ist heute querbeet alles ein bisschen Amerikaner habe ich mal ein paar Panzer gegeben Mal sehen wie sie die Kai mir die Panzer ansteht Aber ich glaube die sind halt einfach ein bisschen Na Ist dem Mod geschuldet ein bisschen und den Umständen Hier Defending Army Und die hier Ein paar Geschütze Und Deutschland Könnten wir vielleicht noch einen Panzer geben Oder zwei Vielleicht machen die auch noch lustige Sache Safe Machen wir mal so Sehr professionell gespeichert Und wir starten mal ins Gefecht Bin mal jetzt gespannt Hoffentlich schmiert er Motten nicht ab Das wäre sehr freundlich Und ja Okay hier haben wir jetzt unsere Armee Stellen wir uns mal auf alle nebeneinander Ich finde halt die schauen halt echt sehr gut aus Die Builds von den ganzen Leuten hier Das ist wirklich schon sehr gut gelöst auch Sind hier Unsere Geschütze Da Oh das sind schon große Geräte hier Sind die hier Ja die sind hier drin Okay Okay dann stellen wir uns mal auf Ich würde sagen hier Am Hügel wäre es am sinnvollsten Die tun wir direkt aufstellen Wir haben eine leicht erhöhte Position Wir können über alles drüber schießen Sollte klappen Okay dann würde ich sagen Hier Wir teilen die Maschinengewehre auf Also Ein Maschinengewehr hier Dann hier üben Eins, zwei auf der Seite Eins, zwei auf der Seite Und hier dasselbe Na oh moin Das ist der hier Der und der Hier hin Und du da gehst hier noch in die Mitte rein Dann habe ich hier noch zwei verschiedene Die habe ich da noch mal hin Und da noch mal hin So Jetzt haben wir hier noch Sniper und Flammenwerfer So hier Hier hin Passt es da auch Weil die habe ich da rüber gezogen Aber das sind Okay Dann könnte man jetzt noch sagen Na Bauen hier überall noch ein paar Gräben hin Aber normalerweise brauchen wir das nicht Ähm Start mal Ja ja Ihre Panzer Aha Hier wird direkt geschossen Hä? Hä? Was schießt denn hier? Ist das ein bisschen blöd? Anscheinend Oh meine Schütze schießen es schon Theoretisch könnte man direkt den General abschießen Oh 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 Hier vorne Wäre eigentlich am besten wenn wir die hier abschießen Weil die KI hat die noch nicht aufgestellt Das ist aber hier ein Problem von Napoleon Die KI stellt ihre irgendwie immer zeitlich aus Und dann fragt mich nicht warum Wir marschieren mal los mit Den hier Schön gemütlich Solange die nichts machen Marschieren wir mal los Panzer kämpfen hier Wow Der hat sogar mal geschossen Wow Wow Das sind Leute ey Achso ne Das ist nur der Panzer Die kämpft gegen den Panzer Ja Leute Das ist ein Panzer Na? Hahaha Oh mein Gott Das ist ein Maschinengewehre Leute Schießt Schießt Oder Oder rennt Rennen Rennen Direkt rein Rennen 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 Oh Gott Boah Ihr seht Wild das Gemetzel hier Alles klar Feuer einstellen Feuer einstellen Feuer einstellen Da vorne könnt ihr weiterschießen Meine Freunde Infantry reporting Geht damit rüber Leute Bestärkt die mal ein bisschen Also das ist das war jetzt gerade Rüdisch Mann Daher Schießt mal hier auf den General Reporters Feuermänner Die Flanke haben wir Weggedrängt Die Maschinengewehren Die sind schon krass Wow 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 Vorwärts Könnt ihr auch jetzt hier Wir haben hier noch Flammenwerfer Die würde ich mal direkt mal ausprobieren Aber wahrscheinlich werden die jetzt Den gleich abgeschossen Schießt man nicht Schießt man nicht Will man die Flammenwerfer Schießt man Schießt Leute Ich will die mal sehen Die habe ich noch nie gesehen What Alles klar was da für ein Feuerstoß rauskommt Sie helfen uns Stirbt die Mauern Freunde Kämpft gegen die Panzer Also die Amerikaner haben glaube ich Ihre Panzer besser eingesetzt Obwohl die sind auch alle im Arsch Aber sie haben sie eingesetzt Ich glaube das wäre sinnvoller Wenn wir hier auf die Gebäude drauf schießen Hier hinten Leute rückzug 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 Geht nochmal raus 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 Renn zurück Ah ich hasse die KI Ich hasse die KI wirklich manchmal Renn zurück Alle man Raus Seht doch das hier mal an Was das für kugelhagige ist Leute rennt zurück Zurück rennen Ihr werdet abgeschossen Na rennen Rennt zurück Und ihr Ich hasse das Ich kann nicht mal Rückzug drücken Bei den Trotteln hier Das ist krank ey Seht mal wie schnell die Leute hier umfliegen Das ist krank Das ist wirklich Krieg in Action Klar wenn da 140 Leute mit so einer Waffe rumstehen Klar dass da kein Grasalm auf dem anderen bleibt Stirbt die Festung Vorwärts Männer Kommen bei unseren Generale her So und jetzt sage ich auch hier Stürmen Vorwärts Rennen Aufstellen Männer Gefechtsbereit machen Die haben mich ernsthaft Ihr seht was passiert ist Mein Geschütz hat meinen General abgeschossen Meine Gott ey Wuff Okay 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 Das sieht eigentlich recht gut aus Hier die Frau auch ein bisschen Verstärkung Geht mal mit rein Angriff Männer Bajonett gegen Bajonett Schwert gegen Schwerter Angriff Das sieht gut aus hier auf der linken Flanke Ja Leute Na kam Na kam Hier stehe ich mal um Rennt Leute Wow Die wurden weggefegt Aber richtig Der General ist tot Kampf ist schon gelaufen Würde ich schon Das ist wieder hoch schießen Das ist unfair Schießt da Dahin schießen In den Rücken rein Klar ist nicht so fair Aber Wir müssen gewinnen den Krieg Leute zurückziehen Feuer frei Ich werde mal den Beschuss hier einstellen Vorwärts Marschiert Das sieht hier gut aus Wir sind zuerst in der Mitte angekommen Die Burg haben wir erobert Die letzten Widerstände Geben sich jetzt gerade Oder fliehen Boah Seht euch das hier mal an Unsere Verteidigung Unsere Verteidigung ist durchbrochen Und büßt sich auf Aber sobald man hier die Ecken wegschießt Kommt die nicht mehr hoch Ja ja Er fragt mich nicht Was ich dabei früher gedacht haben Aber Ja Ich hoffe mal Euch hat es jetzt Soweit Spaß gemacht Von dieser wunderschönen Folge Total War Von diesem Mod hier Ich hoffe ich konnte euch ein bisschen Hier den Mod zeigen Wenn ihr Fragen habt Schreibt es gerne mal in die Kommentare Und ja Ist wirklich ein geiler Mod Wie gesagt Er ist ein bisschen Absturzgefährdet In Anführungszeichen Stürzt öfters mal ab Aber ist wirklich ein cooler Mod Und Wenn man mal hier wirklich Erster Weltkrieg Feeling haben will In Total War Dann ist das wirklich Der absolut richtige Mod Klar der Mod kann nur Die Gegebenheiten Vom Spiel nutzen Aber Es ist echt krass Wie der Mod hier das umsetzt Und ja Ich hoffe mal Euch hat es soweit Spaß gemacht Und bis dahin Macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao Tschau Tschau Tschau